Herzlich Willkommen bei iDelete, Eat Smart with Heart. Heute möchte ich Ihnen oder euch etwas sehr Einfaches vorstellen und zwar Löwenzahn. Löwenzahn kennt ihr alle. Es ist auch so, dass wir zum Beispiel in der Fastentherapie sehr gerne, also im Aufbau nach dem Fasten, aber auch überhaupt, um regelmäßig den Körper zu entgiften, Witterstoffe verwenden und der Löwenzahn ist ein ganz wunderbarer Lieferant für diese Witterstoffe. Wie ihr seht, solltet ihr keine Wildnis zu Hause haben, lässt er sich auch kultivieren. Ich habe hier einen Topf genommen, habe den einfach abgestochen mit der ganzen Wurzel und dieser Löwenzahn lebt jetzt schon zwei Jahre mit mir. Man muss natürlich unbedingt gießen, also er mag keine, einmal natürlich keine Staunässe, aber er mag auch nicht zu wenig Wasser. Ansonsten eine so robuste Pflanze, eine richtige Heldenpflanze, weil ihr sie bestimmt schon mal im Asphalt rauswachsen habt sehen oder in irgendwelchen kleinen Lücken. Es fasziniert mich immer wieder, wo diese Pflanze überall rauskommt. Und von heute an habt ihr eine fantastische Beigabe zu allem, was ihr esst. Ihr könnt es auf warme Gerichte einfach klein geschnitten drauf machen. Ihr könnt es in Salate, in sogenannte Buddha Bowls, seht ihr dann gleich noch im Bild reingeben. Und da würde ich euch immer empfehlen, dass ihr ein bisschen balanciert mit dem Geschmack. Zum Beispiel ein wenig Äpfel, ein wenig Beeren. Man kann auch mit Erdbeeren sehr schön arbeiten oder im Winter mit Orangen. Also ein bisschen Balance, dann natürlich eine sehr schöne Soße dazu, auch das in anderen Videos. Und sehr gerne auch einfach auch mit gegrillten Gemüse oder mit kleinen Veggie-Bratlingen zusammen. Also Löwenzahn ist absolut vielfältig verwendbar und ich würde mir wünschen, dass er Teil des neuen Normal wird. Für die Studenten unter euch und Studentinnen und Schüler und Schülerinnen, vor allem wenn ihr sehr pflanzenbasiert essen wollt, dann schaut doch mal, ob ihr auf eurem Campus, Schulhof oder wie auch immer, auch bei den Firmen bitte, wenn sie Flächen haben, wo sie sagen, ach Mensch, da können wir doch Löwenzahn wachsen lassen. Dann versucht doch da einen kleinen Zaun oder eine Absperrung drumherum zu machen, damit keine Hunde und Katzen da ihre Hinterlassenschaften machen. Wenn das wollen wir natürlich nicht. Aber ansonsten, außer der Empfehlung, bitte nicht an gespritzten Feldern. Das ist ja auch noch nicht normal, dass man am Feldrand einfach die Pflanzen nehmen kann. Ihr müsst bitte schauen, dass es aus Bioanbau ist. Und auch in eurem Garten werdet ihr sehen, so dieser typische englische Rasen, der ist einfach eine Katastrophe für die Insekten und für die Artenvielfalt. Wenn ihr da wenigstens ein paar Teile lasst, wo auch der Löwenzahn wachsen darf, nehmt den einfach als guten Freund, denn wenn man den regelmäßig isst, dann wird er auch nicht komplett den Garten überwuchern. Und manchmal kann man natürlich auch die Wurzel rausnehmen. Also hier nochmal die Löwenzahnarten, die verschiedenen. Es gibt sehr viele Arten auch. Und je kleiner und jünger, desto zarter und milder der Geschmack. Also mit Kindern lassen sich ja auch sehr schön die Blüten sammeln und kleine Blättchen. Da würde ich vorsichtig anfangen mit dem Geschmack. Für die Erwachsenen ist es ganz anders. Und was auch ganz toll ist, vielleicht habt ihr schon mal von der mediterranen Diät gehört, der berühmten, die sehr oft missinterpretiert wird. Nämlich, da wird dann statt ganz viel Gemüse und Wildpflanzen, wird dann Lasagne, Pizza und Pasta genommen. Die Italienerin, die in den USA lebt, Frau Dr. Lisa Musconi, hat dem Löwenzahn hier begeistert, auch auf dem Titelblatt, eine Liebeserklärung gemacht. Sie ist Neurowissenschaftlerin. Das heißt, sie beschäftigt sich mit, welche Ernährung braucht unser Gehirn. Und dieses Buch ist ganz wunderbar. Gibt es auch auf Deutsch. Ich gebe es dann gleich an. Und da sagt sie auch, Löwenzahn hat eigentlich alles, was das Gehirn braucht. Und es hat gleichzeitig eine sehr gute Mischung, um die guten Darmbakterien zu fördern. Also, von jetzt an diese Pflanze als Heldenpflanze und als kostenlosen Helfer für euch sehen. Und schon kostet gesunde Ernährung wieder ganz wenig. Vor allem, wenn ihr es kombiniert, zum Beispiel, sehr schön, auch mit einer heimischen Pflanze mit Walnüssen oder Sonnenblumenkern oder anderen Ölsaaten, würde ich auf jeden Fall auch machen. Auch hier besser frisch, weil manchmal sind die geschälten Walnüsse behandelt, aber das in einem anderen Video. Und natürlich, wenn ihr, da komme ich jetzt noch drauf, wenn ihr einen Smoothie macht, grüne Smoothies, auch das extra Videos dazu, auch grüne Smoothies oder grüne Säfte im Fasten, die werden mit dem Löwenzahn sehr schnell braun. Warum ist das so? Weil die Substanzen in den Blättern eben hochreaktiv sind und sehr schnell oxidieren. Das heißt, ihr braucht eine Schutzsubstanz, beispielsweise Vitamin C und man hat Vitamin C auch in Zitronensaft. Also das Beste ist, gleich, wenn ihr den Smoothie macht, direkt den Zitronensaft dazu. Übrigens mildert er auch ein bisschen den bitteren Geschmack. Der Geschmack ist dann nicht so stark, aber trotzdem sind die Bitterstoffe drin. Das ist der Unterschied zum Auslaugen. Manche laugen den Löwenzahn ja so lange aus, bis er nicht mehr bitter ist. Das kann man machen. Dann ist er immer noch gesund, aber man verliert einen Teil der Wirkung. Und ganz toll ist, das werde ich euch in einem anderen Video auch zeigen, wenn der braune, grüne Smoothie, also der wird ganz schnell braun, direkt danach nochmal mit Zitronensaft versetzt wird, dann wird ein Teil dieses braunen wieder ins grüne umgewandelt. Ganz schön auch mit Kindern so ein kleines Experiment zu machen und wieder ein Zeichen dafür, wie unwahrscheinlich lebendig diese Pflanze ist. Wenn ihr sagt, Mei, ich denke doch nicht jeden Tag dran, Löwenzahn zu pflücken, ich würde es auch nicht jeden Tag empfehlen, vielleicht dreimal in der Woche, dann kann ich euch auch sehr empfehlen, diese Gläser. Ihr wisst, dass ich diese sehr empfehle. Die gibt es in verschiedenen Größen, weil da kann man die Löwenzahnblätter einfach, wenn man sie geerntet hat, rein und ein bisschen Wasser, Deckel drauf im Kühlschrank. Das wird sich sehr gut halten. Und wenn man aber sagt, ja, nee, ich will sie jetzt gleich essen, dann waschen. Also bitte die Sachen immer erst vor dem Essen waschen, sonst klebt es zusammen oder fängt an zu schimmeln. Und natürlich, wenn man den Löwenzahn aufheben will, bitte eher trocken ernten, nicht zu nass. Ein ganz kleiner Trick, auch für, ehrlich gesagt, auch für Salat oder egal welche Pflanzen man hat mit so einer großen Oberfläche, ganz besonders auch Wildkräuter. Ihr gebt in das Wasser ein wenig Zitronensaft, ja, das wäre die eine Sache, oder Essig, Schuss Essig. Das ist auch dazu da, wenn da noch winzige Tierchen drauf sind, dass die dann weggehen, die mögen das nicht. Oder, oder auch als Kombination, Natron. Einfach ein bisschen Natronpulver hier reingeben. Das ist ja nicht giftig. Im Gegenteil, manche nehmen ja Natron sogar extra ein. Und dieses Natron reinigt dann auch nochmal besser die Blätter. Aber selbstverständlich, wenn man weiß, wo die Pflanzen gewachsen sind, bitte auch nicht neben der Straße oder der Autobahn, das versteht sich von selbst, dann tut es auch einfach ganz normales Wasser und man versucht eben die gut zu waschen und dann hier abzutropfen, vielleicht mit einer Salatschleuder. Und schon kann man sie verwenden. In den nächsten Videos seht ihr dann verschiedene Rezepte. Ich freue mich schon auf eure Rückmeldung, weil man muss sich einfach nur wieder angewöhnen. Und dann werdet ihr sehen, das macht euren Kopf klar. Dankeschön! Und dann merken wir das gut. Zusammen Untertitelung des ZDF, 2020